Matthias Schweighöfer steht weiterhin hinter Till Schweiger. Dennoch findet er auch deutliche Worte über seinen Schauspielkollegen. Matthias Schweighöfer bricht sein Schweigen zu Till Schweiger. Statt mit erfolgreichen Kinofilmen sorgte Till Schweiger, 60, zuletzt mit Negativ-Schlagzeilen für Aufsehen. Ihm waren Alkoholexzesse, aggressives Verhalten und Handgreiflichkeiten am Set von Manta Manta's roter Teil vorgeworfen worden. Nach einem vorübergehenden Rückzug gestand der Schauspieler sich öffentlich Fehler ein. Ich habe zu viel Wein getrunken. Ich habe mich im alkoholbedingten Zustand einigen Menschen gegenüber beschissen benommen, gab Till offen zu. Laut eigenen Angaben hat er deshalb einen Psychiater aufgesucht, Alkohol möchte er jedoch weiter trinken. Matthias Schweiger, 42, der schon mehrere Filme mit Till gedreht hat, hält zu seinem Schauspielkollegen. Matthias Schweighöfer ist besorgt. Im Interview mit Bild erzählt der Kainohasen-Star zunächst, dass er Till viel zu verdanken habe. Kontakt scheinen die beiden aktuell nicht zu haben. Matthias hat die Schlagzeilen der vergangenen Wochen und Monate aber natürlich mitbekommen und zeigt sich besorgt. Ich habe gelesen, dass er eine Therapie macht und ich hoffe, dass er es schafft. Weiter erzählt 42-Jährige, dass die Filmbranche in den vergangenen 20 Jahren einen großen Wandel durchgemacht habe, es gehe heute um andere Werte. In Schutz nehmen möchte er Till aber natürlich nicht. Auch Matthias macht deutlich, dass sein Kollege mit seinem Verhalten am Set entschieden zu weit gegangen ist. Generell sollte man den Menschen immer mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen.